Ne, da wo kommt man gar nicht, schade. Also mit dem Wasser und da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Oh, da hinten. Richtig im Pavillon gefunden. Loh, da hatte ich tatsächlich einen Leck. Oh, fuck. Nur noch drei Herzen. Ja, wenn du irgendwie mir entgegenkommst, ich kann dir was zu essen geben, wenn du nichts hast. Hm, ne, ich hab noch. Ich bräuchte nur mal einen Ofen mit Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Und eine Kiste gefunden mit zwei Äpfeln. Wert wäre noch schön und da könnte ich endlich auf Jagd gehen. Ein Bogen, ein Pfeil, ein blablabla und ein Stück Holz, juhu. Ich hab sieben Pfeile, aber kein Bogen. Ach, komm schauen, das kann doch nicht sein. Könnte ich mal wenigstens was zu essen braten. Hab dich gefunden. Wo bist du? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hallo. Servus. Oh, ho, ho, ho. Wandern ist das Müllers Luft. Tralalalala. Ähm, wie kommt man da hoch? Ist da eine Leiter, ist da eine Leiter. Nein, aber hier ist eine Kiste. Ein Fall, ein Fleisch, ein Fleisch. Wischi Steak. Brauchst du noch was zu essen? Nö, Moment nicht. Okay. Wir sind dann jetzt noch hier. Komm mal gehen hinten links zu diesem komischen Gebilde. Ich glaube, wir sind die letzten oder sowas. Ne, doch nicht. Drei Spieler. Einer ist noch da. Ja toll, TJ Mini war eben schon. Oh ne, der hat mich im letzten Game gequält, der TJ Mini. Ja. Also hat er Wallhack an und was weiß ich alles. Hm, da oben ist eine schöne Holzhöhle. Also wenn da jetzt noch keiner war, dann läuft der wird falsch. Hm, doch, hier war jemand. Ah. Ah. Wie komme ich hier raus? Hilfe. Das musst du schön... Ah, oh, wie tricky. Ich stecke fest. Leer, das zu drücken und gleichzeitig die Tür zu machen. Ja, jetzt, ja. Ah. So, irgendwie kann man hier doch hoch. Da muss man irgendwie hoch. Hm. Besser da hinten. Das ist schreitförmlich danach. Ne, das bringt nichts. Ich muss das ganz oben haben. Ja. Und hier könnte man hoch. So. Ne, das bringt auch nichts. Oh, da unten ist einer. Ne, das bist du. Ne, das bist du. Jetzt habe ich aber auch gerade schon hier ein bisschen Angst gekriegt. Der mit seinem scheiß Wallhack. Warst du schon hinten bei den ganzen Pilzbäumen? Oh ja. Okay. Das war eben die Kiste, wo ich mich so übelst drüber gefreut habe. Wo kann man sehen, welcher steht da noch übrig ist? Oh, ich glaube gar nicht. Oder vielleicht Lashlist oder sowas. Ja, da steht noch, da steht noch bei Slash, Live, Alive. Wie viele noch ein? Live. Mal gucken. Irgendwie kommt da gar nichts. Live, List. Einfach List. Achso, ich hoffe, Live. Live. Oh, da sind ja doch noch mehr. Husky, IceTube, 888. Ähm, boah. Äh, warte, ich mache jetzt Lashlist und dann, Alive. Ne, da steht da, Alive. Ja, und dann die, die lebt. Und dann unten drüber steht die inaktiv. Ah, ja, genau, jetzt ist. Hm, es sind wirklich noch ein paar. Könnte aber ziemlich lange dauern, bis wir die alle haben. Hm. Dann esse ich mal was. Wo bist denn du? Äh, so am Ende dieser Pilzgegend. Ja, welches Ende? Bist du noch am Anfang oder bist du schon einmal durchgelaufen? Ganz, ganz, ganz links, ganz links. An der Wand entlang. Ah. Sehr schön, wenn denn diesen Seelen mal irgendwie mehr Kisten wären. Würde ich aber auch sagen. So, auf den Dingern da oben ist, glaube ich, nichts drauf. Oh, da habe ich jemanden gehört. Ja, das war ich, ich bin ja der dir. Och, Menno. Ach komm, jetzt muss da hier mal irgendwas. Irgendwas muss da hier mal los sein. Was steht da auf dem Schild? Nischt. Drummer King 96, wundervoll. Gibt es hier auch eine Kiste? Nee, nur Scheiß-Platten-Spieler. Oh, 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 oh. Nein, mein Fall. Ronny, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Hier sollte noch irgendwie ein Battle-Modus eingeführt werden, dass wenn man nach einer bestimmten Zeit noch ein paar Spieler übrig sind, dass man die irgendwie zusammenführt. Oh ja. Oder die Map irgendwie verkleinert. Ja. Nee, zu kleine Maps sind auch kacke. Nee, ich meine so nach 10 Minuten oder so, dass da die Map automatisch kleiner wird. Ach so. Wie es ja eigentlich auch im Film die Tribute von Panem mit den Hunger Games so gemacht ist. Mhm. Den muss man jetzt nicht kennen. Ja, aber da aufbauen hat die Hunger Games auf. Ah, okay. Ah, da oben ist eine Kiste. Ich komme nicht ran. Aber ich habe doch einen Holzblock. Den du wahrscheinlich nicht setzen kannst. Nein. Wie soll man da bitte hochkommen? Okay. 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 Was passiert, wenn man da drauf geht? Nichts. Okay. Oh, oh. Hier ein Schwert. Hier war gerade alles. Kommt zu mir. Ich habe ganze Ausrüstung für dich. Wo bist du? Wir haben gerade zwei Schwerter gelegen. Eine komplette Ausrüstung. Sogar zwei Sets. An dieser einen Palme da. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ach, Palme. Weil die Palme. Okay, also nett. Ja, natürlich doch. Ich habe gerade die Palme gefunden. Die Kisten sind gerade wieder aufgefüllt worden. Deswegen finden wir jetzt auch wieder überall was. Und ich habe eine Axt. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ah, hier. Äh, was brauchst du? Ja, ein Oberteil wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und was besseres wie Leder für Schuhe und Hose. Das kann ich da nicht anbieten. Schade. Ja. Alter, ich war noch nie so lang auf einem Server. Das nervt aber auch gerade ein bisschen, dass man hier gar nichts findet. Alter, es geht nicht alles ab. Was stehe ich denn jetzt in den Liga nahe? Oh, endlich kann ich mal was braten. Hast du Kohle? Nee, aber ein Stück Holz. LOL. Das kann man abbauen. Das hält überhaupt nicht lang. Das reicht gerade mal, wenn es hochkommt, für zwei Stücker Fleisch. Noch nicht mal. Noch nicht mal. Also zieh ich mal weiter. Ja, einer wurde getötet. Mit einer Eis an den Axt. Warte mal kurz, ich mache mir gerade noch zwei Pilzsuppen. Hm. Stimmt, die Pilze kann man ja abbauen. Was braucht man für eine Pilzsuppe nochmal? Eine Schüssel und einen normalen, also einen ganz normalen Pilz und einen Mottpilz. Alter, was ist denn das hier jetzt? Verhedder dich einmal da drin. Oh, da ist eine Kiste. Also gehen wir doch rein. Einmal da drin, Verhedder, da kommst du nie wieder raus. Mach langsam. Oh! Okay. Hm. Dealst du gerne. Ja. Schade, der hat aber nichts mehr drin. Mhm. Mal gucken, was wir gefunden haben. Dort haben wir gefunden. Ähm. Und dort haben wir gefunden. Ja, ich bin wieder bei dem einen Baumhaus von vorhin. Könnte sein, dass wir die ganze Zeit im Kreis gelaufen sind. Ähm, irgendwie schon. Nein, ich hänge... Okay. Ich glaube hier, das wird... ...noch zwei Stunden dauern, bis wir fertig sind. Hm. S, S, S. Hunger, Hunger, Hunger. Habt ihr eben eigentlich meine Sache noch gefunden? Ähm, ne. Ja, nur noch sechs Spieler. Uhu, oh ja. Mit einer Iron... Mit einer Iron-Axt. Da hebt jetzt aber jemand richtig auf, hier. Hm. Alt Herr, lass mich doch mal hier raus. Also ein Boten-Schwert macht aber noch immer mehr Schaden als eine... ...Eisen-Axt. Wirklich? Rafe ich doch. Glaube ich eher nicht. Wo bist denn du? Jetzt... Jetzt Ehrenschaft. Ich denke mal nicht. Okay. Weil die Axt ursprünglich nur fürs Abbauen gedacht war. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile mehr Schaden macht. Ich glaube, ich laufe mal wieder in Richtung Spawn. Ja, kommst du noch zum Spawn? Wenn ich in die Richtung laufe, anscheinend schon. Dafür bist du hier. Aber hier geht es. Vielen Dank.